Was geht ab? Euer Pismax bei Wiedermstadt. Willkommen zu unserem heutigen Video auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir fahren Richtung Stuttgart zum Abonnententreffen von I Love Cookies. Ist so gesagt auch noch gleich ein Real-Life-Video, Bitches. Sind wir gerade Richtung Stuttgart, gerade fett noch getankt und so und gedöhnt. Ich würde sagen, wir berichten nochmal, wenn wir weiter fortgeschritten sind. Wir haben es gerade 11.36 Uhr. Um 15 Uhr geht diese Gedöns heute los. Ich bin raus. Wir sehen uns später nochmal. See you later, Alligator. Was geht ab, euer Pismax bei Wiedermstadt. Willkommen zum Weiter geht's im Video Gedöns. Ich wollte schon sagen, neues Video, aber hey, nicht gar kein neues Video, sondern ist gerade im Moment Stop & Go Richtung Stuttgart, 50 Kilometer vor Stuttgart und Stau. Man! Und ja, übelst behindert. Bist richtig assi, Alter. Volker am Bock hier zu stehen. Vorne ist uns so ein Auto entgegengekommen, Alter, wo richtig Panzertape war. Das sah so aus, ey. Keine Ahnung, was das sein sollte. Ja, das ist auch so Panzertape zusammengeklebt worden, ey. Richtig gömmlich, ey. Vielleicht sehen wir den nachher nochmal, aber... Da war so schnell weg, ey, auch zum BMW oder Audi oder keine Ahnung, was das war. Schauen wir mal, Rambo kommt vielleicht nachher auch noch. Aber eben nur vielleicht, hat er gesagt. Schauen wir mal, wie es weiter geht. Ich melde mich ab. Wir melden uns später nochmal. See you later, Alligator. So Leute, was geht? Euer Piesmerks-Navidamstadt. Wir sind jetzt in Stuttgart angekommen. Laufen wir doch gerade durch die City oder uns, wo wir geparkt haben. Ein bisschen verfahren, aber hey, oh. Geht immer, gell. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Und so beim Schlossplatz in der Nähe. Gucken wir mal, wie weit es noch vom Laufen ist. Hier, Auto für 3.300. Automatik. Wer es braucht. Nein, Spaß, Alter, das war viel zu schnell. Also, wir gucken jetzt. Mein Mann hat dich gar nicht gesehen. Das war viel zu schnell. Wenn da was verwackelt und so. Ah, ich glaube, wir sind sogar schon hier. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Moment, ich... Man weiß es nicht. Es kann nicht so weit sein. Es kann es nicht so weit sein. Aber Leute, wir melden uns später nochmal als C-Rate Alligator. Geht ab, euer Piesmerks-Navidamstadt. Willkommen immer noch zum Abonnententreffen von I love Cookies. Wir laufen gerade wieder Richtung Auto. Wir wollen uns die Scheiße wegbringen, weil die Scheiße mich gerade mega nervt, ey. Gefühlt die 50 Grad. Aber ey, YOLO, man lebt mal einmal, oder? Und ja, wir waren jetzt bislang nur Käppi kaufen. So eine Stadt, dies, das. Und bei der Polizei, Alter, Bundespolizei. Da war so ein Gerogen-Junty oder so am Stadt. Keine Ahnung, wer das war. Man weiß es nicht. Man mag nur glauben, kommt vielleicht gesagt, er ist voll stoned oder keine Ahnung. Ich hab da nicht drauf geachtet. Aber ja, er hat einen mit einem Knüppel am Kopf bekommen, nö. Ja, Spaß. Hier Plenum und so am Start, ey. Spiegt gerade 21, gedöhnt. Und ja, kann man hier lieber betragen. Nur, dass es verdammt nochmal scheiße heiß ist. Und bei den Füßen sagen wir mal wehtun. Also, sehen uns nach nochmal und wann. Wenn der Fedor vielleicht da am Start ist. Also, see you later alligator. Das Abo-Treffen ist vorbei. I love cookies, aka Fedor, aka x22 user. Ist zu Ende des Abo-Treffen. Wir sind jetzt Richtung nach Hause. Davor hab ich noch ein kleines Doppel mitgebracht. War noch was lustiges. Auf jeden Fall haben wir halt dann... Erstmal, wo ich vorhin geparkt hatte, war die Tür an den Bewohner, alter. Ich dachte, ich hab mal, alter. Nur noch Rundpark. Ich dachte, wir kommen noch zu spät. Aber, ey. Punkt 15 Uhr waren wir dann an der Siegessäule. Dies, dras. Dann auf jeden Fall sind wir ein bisschen Meckes gegangen. Und dies, dras. War eigentlich nicht so besonderes. Meckes... Was sind wir noch gewesen? Gamestop. Gamestop. Hat sich ordentlich einen Lauch-Landwirtschaftssimulator gekauft. Alter. Wählst du dir? Das war ja ein Kollege von dem. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Komisch. Auf jeden Fall. Dachten wir halt dann... Jo, Leollo. Geht klar. Sind wir also... Dann sind wir in so einem Schlosspark umgesessen. Kam auf einmal so eine... So eine besoffene Tussi. So eine andere Fette hat sich abgesetzt. Hat sich kurz daneben gesessen. Ja, geht. Dachten wir zwei, ich mein Kumpel... Alles sieht ja gar nicht so schlecht aus. Kann man mal versuchen, die klar zu machen. Ist mein Kumpel da hingegangen. Und... Was geht? Die anderen sind alle abgehauen. Dann sind wir... Die ist dann erstmal aufs Klo gegangen. 15 Minuten oder so ist die erstmal aufs Klo... 15 Minuten. 10. Ja, man sagt 10 Minuten. Mir ist das scheißegal. Ist sie erstmal pissen gegangen oder kacken oder... Keine Ahnung. Ist die andere Fette da draußen rumgestanden. Ich bin auch aufs Klo gegangen, Alter. 3 Liter oder so getrunken heute. Keine Ahnung. 35 Grad sind mindestens. Auf jeden Fall war halt die Olle dann halt da draußen. Ist dann auch schon wieder zurückgekommen. Dann am Tag... Wir haben ja... Waren ja Polizeirevier. Da war ja so ein Typ, wo auf... Quistl oder so drauf war. So, ja... Passiert mal! Dass da einer so ein bisschen Überdosis nimmt. Das war keine Überdosis. Der wurde einfach nur erwischt. Der wurde halt erwischt. Der wurde halt erwischt! Dachten wir, naja... Bullen auch die ganze Zeit am Start. Krankenwagen am Start. Alter, naja... Sorgen einfach nur für Sicherheit ein bisschen. War allerdings nicht so. Zwar... War der... Christopher Street Day. Keine Ahnung. Christopher Street Day. Ey... Mir erwischt! Auf jeden Fall ist es ein Lesben und Schwulen Paar treffen. Dachten wir, naja... Geht! Dann waren wir halt rausbekommen, dass die Olle lesbisch war. Und die hat aus dem Maul gestunken. Wie ein Mülleimer, Alter! Auf jeden Fall wollte Kumpel eben Lesben klammern. War... Ging alles ein bisschen in die Hose. Aber ey, yo! Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Kurz vor 6. Hätte sie kein Mundkolli gehabt, dann hätte ich es geschafft. Dann hätte ich es gebracht, ey. Ohne Scheiß. Aber eigentlich war das... Man ist halt nur in Meckes rumgelaufen. So... Der Treff war eigentlich ja nicht so besonders. Aber ey! Hab mein Handy unterschreiben lassen. Hab ne neue DVD mir gekauft. Naked 4 und meine Cap, wo ich gerade an hab. Und ja, vielleicht melden wir uns nachher noch den. Jetzt gleich noch einen Pizza Meat Burger essen. Mit dem geilen Meckes Glas. 134 Kilometer haben wir es noch vor uns. Knappe Stunde, schätze ich. Bisschen mehr. Also Leute, melden uns vielleicht nachher nochmal. See you later, Alligator! Tschüssi!